Am Ostersamstag kommt es zum Bundesliga-Gipfel, wenn der FC Bayern München bei RB Leipzig zu Gast ist. Die Leipziger sind der einzige ernsthafte Verfolger geblieben und haben vier Punkte Rückstand. Mit einem Sieg können die Münchner am 27. Spieltag schon eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft herbeiführen. In der dritten Liga möchte Türkeci München den Schwung aus dem bayerischen Totopokal mitnehmen. Türkeci hat dort nach zwei Siegen gegen andere Drittligisten das Viertelfinale erreicht. Die letzten beiden Spiele haben uns gezeigt, was wir am Platz erledigen müssen. Das heißt, uns wirklich aufopfern füreinander. Es hat zweimal überragend funktioniert. Wenn wir uns so spielen und uns so reinwerfen, wie wir das in den letzten zwei Spielen gemacht haben, wird es schwer, uns zu schlagen. Türkeci München ist Neunter. Die nächste Aufgabe ist das Liga-Heimspiel gegen den SV Meppen. Das Hinspiel gewann Türkeci mit 4 zu 1. Kampf betontes Spiel. Das war ja das kuriose Spiel vor Weihnachten auf tiefem Boden. Ich denke, dass Meppen uns wieder alles abverlangen wird und dass wir wirklich wieder an unser Limit gehen müssen von der Einstellung her, von der Laufbereitschaft her, um den Sieg in München zu behalten. Nach wie vor Abstiegskampf pur, heißt es für den Tabellenletzten, die Spielvereinigung Unterhaching. Die Hachinger reisen zum Tabellenzehnten Viktoria Köln. Der Rückstand, der unter Hachinger auf einem Nichtabstiegsplatz, beträgt neun Punkte. Zum Aufholen bleiben noch genau neun Spieltage. Sehen Sie, Sorte?